hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen destiny 2 video heute geht es um den neuen dungeon ist jetzt seit ein paar tagen live und ich vereine einfach mega macht mega bock im neuen dungeon gibt es neben den normalen kisten auch noch zwei versteckte kisten sowie zwölf urnen die man sammeln kann um einen triumph abzuschließen der den namen ab zur urne trägt in diesem video zeige ich euch den standort der zwei versteckten kisten sowie alle zwölf urnen ich werde im video natürlich auch wieder zeitstempel einfügen das heißt wenn ihr zum beispiel nur die versteckten kisten sehen wollt oder zum beispiel nur die urne vier holen wollt könnt ihr da direkt hin skippen und schauen wo ihr die dementsprechende kiste oder die dementsprechende urne findet leute ich würde sagen intro und dann geht's los mit den standorten viel spaß im dungeon und vor allem viel spaß beim suchen und dann geht's los mit den und dann geht's los mit den Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020